Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax. In 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Start-Trade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien. Britisch Pfund, Schweizer Franken, sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Jetzt bin ich 9 Minuten aus Versehen rein, das wollte ich gar nicht. Finmax bietet hier keine 60 Sekunden an, also suche ich mir noch einen anderen Trade, US-Dollar Cut. Sieht ganz gut aus, allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen, dann würde ich einsteigen. Ich nehme noch US-Dollar, Schweizer Franken. Hier steige ich ein. Jetzt bin ich wieder aus Versehen 8 Minuten rein. Das wollte ich gar nicht, sollte eigentlich nicht passieren. Aber in höheren Timeframes funktioniert die Strategie auch. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Wichtig ist natürlich der zweite Trade, dass der im Gewinn landet. Ich suche noch einen dritten Trade, um mich abzusichern. Kat Schweizer Franken. Gibt es auch keine 60 Sekunden bei Finmax. Du kannst die dritten, mehr als Jäsen戲, stuck in länschen. KursiiALLY kosende legatoren alsarı richtig aus der Frise. Ich suche noch einen wie für die Statser und glasen. Ich werde immer wieder gefragt, wie viel ich mit Traden bzw. an der Börse verdient habe, bis dato. Unverschämt viel. Über 60 Millionen Euro. Noch bis 31.12. kannst du dich für mein Privat-Einser-Coaching 10k pro Monat bewerben. Nächstes Jahr ist es dann nicht mehr möglich. Da ich mehr Zeit in L.A. County, insbesondere Malibu, verbringen werde. Gritisch Pfund, US-Dollar. Allerdings müsste der Kurs noch steigen. Aber solange der zweite Trade im Gewinn ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Vielleicht gewinne ich sogar den ersten Trade. Standard. Uhe, US-Dollar. Der Kurs müsste auch etwas fallen, tut er leider nicht. Auto-US-TOLO Der Kurs müsste auch noch weiter fallen. Aktuell ist der Markt relativ ruhig, denn es geht erst Mittag zu Noch zwei Minuten. Beide Trades sind im Gewinn. Sollten diese beiden Trades im Gewinn landen, oder zumindest der zweite Trade, mache ich keinen weiteren Trade. Out West dollar. Out West dollar. Out West dollar. Out West dollar. Vielen Dank. Die letzte Minute läuft. Die letzte Minute läuft. Perfekt. Beide Trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.